Schön, dass wir dabei sind. Und wir begrüßen ganz Herkobik. Der Wind, der Wind. Ganz herzlich den Fanfarenzug D.E.K. Bexbach und der Leitung von Frau Christel Schwarz. Herzlich willkommen. Der Spartenleiter ist der Markus Hans. Herzlich willkommen. Und auf diese Gruppe drei kräftige. Alle! Hopp! Alle! Hopp! Alle! Hopp! Und jetzt will ich was hören. Die Sprache. Die Sprache. Die Sprache. Musik Musik Bravo, haben wir endlich mal wieder eine Rucki-Zucki, typisch Spaß gemacht. Es wird mal fast stimmig, aber hier haben sie kein Ziele berufen. Vielen Dank und auf die Gruppe Drei-Kräftige, alle, 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 alle.